Hier präsentieren wir die 5 besten Tischgrill-Tests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. DURONIC GP20 Tischgrill Mit dem DURONIC GP20 Tischgrill haben Sie Partyspaß mit den ganzen Freunden und Familie. DURONIC bietet einen praktischen Elektrogrill für heißes Fleisch, Fisch oder Gemüse. Dies ist die ideale Grillstation für Grillliebhaber und Liebhaber gesunder Ernährung. Bereiten Sie sich ohne Fett. Nummer 4. WMF LONO Tischgrill Quadro Die abnehmbare Tropfschale ist spülmaschinenfest. Die Temperatur kann bequem über den seitlichen Drehgriff geändert werden. Die gerippte Grillfläche beträgt 27-27 cm und ist ebenfalls spülmaschinenfest. Der LONO Quadro Tischgrill eignet sich für gesundes Fleisch. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Rassel Hobbs Grill Teppanyaki Fiesta Der 2400 Watt Karneval Teppanyaki Tischgrill bietet ausreichend Platz für eine größere Menge an gegrilltem Essen. Dank der abnehmbaren Schnur ist der Tischgrill perfekt zum Bieten. Die abnehmbare Fetttropfschale und die Antihaft-Grillplatte ermöglichen eine einfache Reinigung. Nummer 2. Steba VG 200 BBQ Tischgrill Der Steba Barbecue Tischgrill VG 200 ist ein echtes Highlight für Ihre Grillfeier. Sofort online ohne lange Zubereitungszeit, leckere Steaks, Würstchen, Fisch sowie Gemüse stehen auf dem soliden Druckkuss-Grillteller immer einwandfrei. Ihre Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, nutzen Sie den Fettenthusiasten als Aromagericht und verleihen Ihrem Essen auch eine besondere Note mit geschlossenem Deckel. Und die Nummer 1 unserer Liste. Tefal Opti Grill GC702D Kontakt Grill Der Tefal Opti Grill bestimmt die Dichte des Lebensmittels als Gerät und stellt die geforderte Grilltemperatur sofort wieder ein, unabhängig davon, ob Sie für sich selbst oder andere grillen. Trotz der Innovation ist der Opti Grill wirklich einfach zu bedienen. Drücken Sie einfach eines der Programme und bestätigen Sie mit OK. Der Opti Grill verfügt über insgesamt 6 voreingestellte Grillprogramme mit privaten Grillzyklen, um sicherzustellen, dass Sie immer das gewünschte Ergebnis für Burger, Senfisches, Steaks, Würstchen, Fisch und auch Huhn erzielen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube Kanal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.